Danke, Hermann, es ist schon genug. Okay. Endlich geht's wieder los. Auf in Snow Space Salzburg. Live dabei in Ski-Armady. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des 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 WDR Und dieses tolle Angebot müssen wir natürlich auch unter die Leute bringen, das müssen wir gut kommunizieren und ich glaube, da ist uns mit der ersten Augmented Reality Bushaltestation etwas Tolles gelungen. Wir haben den Hermann Meier sozusagen von Flachau hier raus nach Salzburg gebracht. Er begrüßt also hier die wartenden Gäste und lädt sie ein, mit dem Zug zu uns ins Nospelsalzburg zu kommen.